Im Power BI Tabellen einfach kombinieren, das sehen wir uns in diesem Video an. Wenn euch dieses Video gefällt, bitte ich euch um einen Daumen hoch oder ihr abonniert meinen Kanal. Vielen Dank und jetzt geht es los. Ich habe im Power BI zwei Tabellen. Die eine nennt sich Financials, die zweite Tabelle nennt sich Country Code. Ich versuche nun, diese beiden Tabellen miteinander zu verknüpfen, um die Financials Daten um den Country Code zu erweitern. Ihr seht hier, hier habe ich links eine Tabelle, die sich auf die Financials Tabelle bezieht und ich hier die einzelnen Länder und die Umsatzwerte sehe. In meinem Fall, bei Auswahl eines Landes, erhalte ich nun nicht das entsprechende Kürzel für dieses Land, den Country Code. Ich erhalte jeweils alle verfügbaren Ländercodes. Um schließlich dann den Country Code zu erhalten, muss ich diese beiden Tabellen miteinander verknüpfen. Ihr könnt das wie folgt machen, indem ihr auf die Modell-Sicht-Ebene klickt und hier die entsprechenden Spalten miteinander verknüpft. In meinem Fall kann ich diese beiden Tabellen über die Country Spalte miteinander verknüpfen. Ich selektiere Country und erhalte nun ein neues Fenster, wo ich diese beiden Spalten in Beziehung setzen kann. Ich kann in diesem Fall in beide Richtungen eine Filterung erlauben oder auch nur jeweils in eine Richtung. Fürs erste setze ich diese auf beide. Nach Bestätigung erhalte ich nun die entsprechende Verknüpfung. Ich gehe nun wieder auf Berichtssicht und sehe nun, bei Selektion der einzelnen Länder erhalte ich nun das entsprechende Länderkürzel. Wie vorhin erwähnt, ist es auch möglich, in nur eine Richtung eine Filterung zu erlauben. Dazu gehe ich wieder zurück auf die Modell-Sicht-Ebene, wähle die Verknüpfung und gebe hier unter der Kreuz-Filter-Richtung an, dass ich beispielsweise nur in eine Richtung selektieren möchte. Financials Country Code, nicht umgekehrt. Zurück in der Berichtsebene sehen wir nun, bei Auswahl und Germany erhalte ich nur das Länderkürzel Germany. Soweit, so gut. Die andere Richtung wähle ich nun hier Germany aus. Wird nun die Financials-Tabelle nicht gefiltert. Falls ihr Fragen dazu habt, hinterlasst mir einen Kommentar. Ich werde euch antworten und wir sehen uns bald. Tschüss.